Willkommen zu meinem neuen Video von Robly Live. Letzte Folge haben wir uns dieses schicke Ding hier geholt. In diesem Bananen-Ding ist das. Aua. Ich hab's doch nur mit der Hand berührt und schon rutsche ich aus. Naja. Also damit kann man Bananen abwerfen und dann, wenn man drauf tritt, aah, dann rutscht man aus. Finde ich sehr, sehr cool. Aber heute geht's natürlich nicht um Affen, sondern um den Jellyman und um sein Gelee, also Jelly. Dafür müssen wir vieles machen, sehr, sehr vieles machen. Ich zieh mich mal kurz um und dann schauen wir mal, was es so bei dem Jellyman gibt. So, einmal kurz umziehen. Als wer will ich gehen? Oh ja, den hatte ich ja, den hatte ich ja auch mal genommen. Als Koch, nö. Ja. Hier. Nee, ich nehme das T-Shirt. So. Also einmal sehr schön anziehen. Passt doch. Ja. Super. Ja. Einmal nur so. Also ihr kennt bestimmt alle, den Job, den Job hier. Ja. Jelly Lieferant. Also so etwas. Aber den machen wir heute nicht, sondern wir machen noch was viel, viel Cooleres. Ah ja, ihr denkt ja immer, dass der Jellyman, also ja, sehr, sehr böse ist. Aber nein, das ist er nicht. Der ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Und wir müssen hier in diese Tür. Aber die ist zu. Und ja, da geht es in seinen Keller. Und wir gehen jetzt mal in sein Arbeitszimmer. Da sehen wir schon, da glänzt etwas. Das können wir vorlesen. Also er sagt, dass in seinem Garten ein Schatz versteckt ist. Und da ist ein Jelly und ja, ein Schlüssel drin. Also ja, also, also das ist jetzt unnötig. Er wurde überwacht. Hier geht es weiter. Ja, es erkennt nur, dass er da rein kann. Also ja. Da. Und wir müssen. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen. In. Hier rein. Ah ja, ich habe euch noch nicht gesagt, was wir bekommen werden. Wir bekommen das verrückteste Auto, das ich jemals gesehen habe. Ein Auto aus Gelee. Ja, ein Auto aus Gelee. Ziemlich verrückt, ne? Wir brauchen jetzt einen Schatzsuche-Detektor. Da war so ein Bobbycar. Und das habe ich nicht gesehen. Ich bin dagegen gefahren. Eieiei. Wo fahre ich denn jetzt bitte schön hin? Ah ja. Ja, das war sehr, sehr gut. Oh je, 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 je. Also ja. Fahren wir mal mit dem Laster. Zu so einer Schatzsuche-Dingster-Boomsters. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Ich weiß es nicht. Schatzsuche-Dingster-Boomsters. Ich komme. Von hinten. Oder... Ich zerstöre mich selber. Aha. Ja, natürlich muss es kaputt gehen. Natürlich. So, da ist es. Hier. Hier kann man eine Schatzsuche machen. Aber das wollen wir heute nicht. So. Warum... Warum bremst hier wieder alles? Uh. Die neuesten Modellen. Oh, schade. Das kann ich nicht nehmen. Oh. Da ist ein Radio. Hm. Also ja. So. Wir holen uns jetzt... ...einen Metalldetektor. Und... ...dann fahren wir damit in... ...in das... ...naja... ...in das... Wie heißt es denn? ...dann fahren wir halt... ...Hallöchen? Also ja. Dann fah... ...dann fahren wir halt zum Jellyman. ...und... ...und du... ...du... ...du... ...äh... ...ne. Also ja. Dann fahren wir jetzt halt mal... ...zum Jellyman... ...und graben den Schatz aus. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... ...alles ganz normal. Warum lenkt das Teilchen nicht? Okay. Dann fahre ich halt so weiter. ich bin doch ein guter rückwärtsfahrer mit führerschein und schon ab zur oma ich meine zum jellyman ach was ich denn da verstecke die verstecke die geschenke ich sehe dich und hab 600 moin geiler tag heute ja also warum sagt er schon ja das wird ausgegraben ein jelly und ahöfe und ein schlüssel ein lila schlüssel ok cool ja ich glaube damit sollen wir jetzt wo dahin hilfe ich komme hier nicht durch ah das hier kommt hierhin schlüssel her ich hab's aufgekriegt oh ich geh jetzt rein aus mit der mucke hi hi jellyman aha verstehe haha ok ah so einen reifen soll ich also finden ok dann suche ich mal nach so einem reifen hier vielleicht nö aber wie groß was ein reifen hab dich ähm ja da komm ich durch noch ein reifen hab dich hab dich schaffe ich jetzt noch den dritten reifen hier kriegst du die zwei oh ja super jetzt muss ich nur noch zwei finden hier oh das ist ja ein cooler jerry mhm sieht aus als ob er hüpfel hier oh ein knopf ich hab den knopf gedrückt hier eine jellyfonte vielleicht Hilfe vielleicht ist hier noch ein Rad ja da ist ein Rad ein kleines ach du meine Güte hab ich etwa das aktiviert oh ne das ist mein jellyfonte aber alles besteht hier aus ja jellyfonte jerryfonte jerryfonte alles oh man oh man jetzt noch ein dritter reifen ok irgendwo da vielleicht kein Reifen Reifen yeah ich hab ein Reifen hallo jelly darf ich mich einmal hier darf ich mal meinen Hunger hier weg machen amyamnyamnyamnyam mhm der war lecker mhm yum und den letzten Reifen schmeiß ich wow daneben ja okay ja Reifen sind dran Typ okay da fehlt jetzt also aha okay jetzt ist jetzt muss ich das Triebwerk testen danach danach keine Ahnung ja so ab ins Labor boah pff boah alter Schwede okay sieht sehr interessant aus sieht sehr uuuh das ist cool ein Knopf das ist ja geil ja wee ne ja ah jellyfonteine okay ja begin ja 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 ah ja uuiuiui also ja hier ah nein nicht zu heiß werden oh schande der ist explodiert Neue Mal neue Mal Neues Mal oh Nicht so heiß werden. Nicht so kalt. Auch nicht so heiß. Oh, nee. Nicht schon wieder. Der wird gleich erfrieren. Muss alles im weißen Bereich sein. Nicht erfrieren. Nicht erfrieren. Nicht explodieren. Test bestanden. Super. Der Motor ist da. Na toll. Jetzt ist er kaputt, weil er runtergefallen ist. Ja. Super. Das Ding finde ich cool. Tschüss. Jetzt wird es ihm nicht mehr sehr gut gehen, weil er voll gespritzt wird. Ah. Tja. Wo ist denn jetzt der Motor? Ah. Hier ist er. Hier bitte. Okay. Der Motor ist dran. Super. Aha. Jetzt muss ich also die Jellys weg. Und die dann da reinschmeißen. Also nur vier, weil ich hab ja schon diesen Asat-Jelly. Asat-Jelly. Hä? Hä? Aber der lag. Hi. Freundchen. Ey. Komm. Los. Ja. Super. Ähm. Ah ja. Ich muss zum Hobby-Morgen. Da kann ich mir ein paar Jellys kaufen. Dafür nehme ich auch gleichen neuen. Laster, weil der hier sieht schon Schrott aus. Hm. Echter Schrott ist er. Hehe. Echter Schrott. So. Rückwärts. So. Schön eingeparkt. Los. Ab. Ab in den Laden und Jelly kaufen. Yeah. Du Type. Verkaufst dir Jelly? Ja. Verkaufst dir Jelly. Ja. Verkaufst dir Jelly. Und der letzte. Okay. Erstmal zwei, danach noch zwei. Oh. Oh. Was für geile Geräusche die machen. Das sind die geilsten Geräusche, die ich jemals im Wobbly Live gehört habe. Und zwar die Wabbelgeräusche. Wobble. 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 So. Jetzt holen wir noch die zwei, die da rumliegen. Schicke Mucke habt ihr hier. Ähm. Hallo. 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 Ah ja. Danke. So. Super. Yeah. Ey. Zumachen. So. Und ab zum Jellyman. Der ist ziemlich nett. Wohl alle denken, dass er in dem. Äh. Das ist ja in dem. Wir sind da. Ähm. Was machst du denn schon wieder draußen? Du warst doch grad erst im Keller. Warum ist da... Da war grad diese Lampe. Out. Uh. Uh. Ich hab... Oh. Nein. Nicht weglaufen. Warte. Warte. Mein süßer Jelly. Hör. Ah. Was ist da grad passiert? Ach du meine. Ah. Nicht wegfliegen. Ähm. Wo ist der eine hin? Hilfe. Ich hab einen Jelly verloren. Höchster Notfall. Die Tür ist eingeschlagen. Ja toll. Wo ist denn jetzt der eine Jelly? Ah. Wo ist denn der? Hä? Hey. Was? Wie? Was? Nö. Der eine ist einfach weg. Na toll. Der eine ist einfach weg. Der eine ist einfach weg. Der eine ist einfach weg. Ich wiederhole. Höch. Hä? Ist er irgendwo hingeflogen? Hä? Den kaufe ich mir halt einen neuen. Ah. Mein armes Geld. Und der arme Jelly. Ah. Vielleicht ist er ja irgendwo... Ah ne. Hat nicht. Das war ein Gartenswerk. Ja. Das war sehr, sehr gut. Oh. Mein armes Geld. Ich hab mein... Ah. Bitte ein Jelly. Aber trotzdem cool, dass so ein riesen Jelly nur 10 bei euch kostet. autumn. Oh. Wappel wappel. A a a a. Zumach. Hallo. Los. Abflug. Der hat fast reingefahren. Was hier ist? Los. Abflug. Wie geil. Pass durch. Oh. Wie geil. So, hab dich. Der letzte, super. Ja, super. Jetzt geh ich runter. Oh, Manu. Äh, ich feier. Komm, komm doch. Okay. Ja, okay. Ah, da werden sie also rauskommen. Ah, da ist der schon rausgeraumt. Okay, super, denn in die Maschine verstehe. Okay, ja, super. Was tut du? Oh, ja. Oh, oh. Ah, Hilfe. Oh, ich halte ihn das erste Mal am Teller fest, dass er nicht schmutzig wird. Oh, das. So, jetzt einmal schön an der leckersten Stelle festhalten. So, nächster. So, einmal schön an der leckersten Stelle festhalten. So, einmal schön an der leckersten Stelle festhalten. Warum wiederhole ich das die ganze Zeit? So, wieder mal an der leckersten Stelle festhalten. Und warum wieder wiederholt? Ähm, kommen jetzt noch welche? Welche? Was? Was? Ich hatte einen zu viel gekauft. Was war das? Na, den gebe ich auch noch mit ab. Oder den schenke ich dir. Hier, bitte. Was zum... Okay. Hier. Ich schenke ihn dir. Mein Süßer. Den habe ich umsonst gekauft. Okay, jetzt kommen alle Fälle. Was passiert jetzt? Okay. Ah, nein. Die werden alle mit Teller zerschreddert. Puh, mit Teller zerschreddert. Oh, toll, super. Oh, das ist jetzt so cool. Na, jetzt fehlt doch, glaube ich, nichts. Oh, nein. Ja, das muss ich mir natürlich wieder mal zugeben. Okay, ich helfe dir. Hier, bitte. Nyam. Nyam. Okay, so. Jetzt einmal. Hier hoch. Ah, Vorsicht. Fallgefahr. Keine Angst. Ich falle doch nicht. Ah. Wo ist er lang? Ich glaube, ich muss hier lang. Weil das sieht aus wie ein Parcours. Oh, warum springt es halt nicht? Ah, nein, 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 nein. Uh. Oh. Der ist ein Durchgang. Geil. Der ist ein Durchgang. Boah, ey. Ach, du. Hi. Oh, nee. Der ist, der ist ganz am Ende. Licht aus. Okay, scheint. Ah. Lelelele. Ah. Ah. Huh. Bin ich hier rauf? Das ist ganz süß. Ah. Huh. Darauf, super. Huh, huh, huh. So, super. Oh, nee. Das hasse ich jetzt. Hä? Huh. Huh, man. Huh. 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 Huh, HUH. Aha, da ist etwa so ein Springdick. Huh. Huh. Das ist ein kleiner Mini-Parcours. So ein Parcours liebe ich. Obwohl die sehr, sehr leicht sind. Huh. 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 war ja mal knapp also hier passiert jetzt nichts es passiert jetzt da kommt's ja jähäähä geschafft bitte nicht Hab dich! Na und jetzt... Jetzt muss ich... Ah nicht, hier gibt's so eine Seilerutsche. Ich hab jetzt grad gedacht, ich muss wieder... Einfach so... Nein... Ich hab immer Angst bei so einer Seilerutsche, wenn ich runterfalle und ich alles falliere. Bitte nicht so schnell! Nein, das ist mir zu schwer. Oh, zum Glück wird's langsamer. Hoch zum Glück wird's langsam. So! Ich hab das Lenkrad. Huh, das wichtigste Teil. Ah! Nein! Nein! Nein, Lenkrad! Boah! Ich dachte, das fällt grad da runter. Aber das lass ich nicht zu, dass so ein wertvolles Stück hier runterfällt. Aber ist auch... Aber ist auch aus... Jelly. Komm schon! Darf ich jetzt hier hoch? Ja, okay. Verstehe. Ne? Ne? Super. So! Einmal kurz Spaziergang. Blub, 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 blub. Hui! 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 Bäh! Bäh! Okay. Yeah! Der ist sehr, 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 sehr... Sehr... Was? Ich hab's! Yeah! Yeah! Ich hab's! Oh, ja. Leider darf ich damit hier nicht fahren. Oh, schade. Tschüss! Süßer Jellyman! Ich werde dich vermissen. Du bist... Danke, dass du mir dieses schöne Auto gegeben hast. Danke! Danke! Jetzt machen wir noch eine kleine Testfahrt und dann machen wir... Und dann war's das. Ich nehme mal die Zeitung mit. Mal schauen, was da steht. Ah, ja. Yay! Okay. So. Jetzt geh ich mal schön raus. Und jetzt bin... Meine Zeitung ist weg. Oh, hm. Also, ja. Jetzt haben wir das Auto. Und jetzt machen wir eine Probefahrt. Schönen Nacht. Ich schlaf erst mal. Weil morgens ist es schöner. Oder ich schlaf doch nicht. So. Einmal Auto klauen. In der Nacht. Ganz normal. Dennoch laute Mucke anmachen. Dass es auch alle hören, dass ich es geklaut habe. Yeah. Zaun kaputt. Yeah. Da ist es! Ah, das coole Auto. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ah, das ist nicht so sehr schnell. Das wabbelt mega cool. Das wabbelt mega cool. Ah, ja. Jedes Auto kann ja kaputt gehen. Und das schränke ich auch. Toll. Ein Unfall. Okay. Ich versuche mal das Auto hier kaputt zu kriegen. An diesem Baum. Wie das wackelt. Nö. So wäre schon ein normales Auto längst kaputt. Aber das geht nicht kaputt. Oh, das ist ein unzerstörbares Auto. Oh, mal schauen, ob es auch in Wasser fahren kann. Äh, Unzerstörber ist ja auch, ja, Unzerstörber in Wasser. Aua. 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 So. Ich habe mich befreit. Ich habe einen Schneemann umgefahren. Boah, das ist ja cool. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sie kann, das Auto kann leider nicht bei Wasser fahren. Schade. Ach ja! Also, das war es jetzt mit diesem Video. Ähm, und nicht vergessen, ein Like und ein Abo da zu lassen. Und wenn ihr auch das Auto haben wollt, macht es einfach nach, was ich gemacht habe. Ist alles ganz, ganz einfach. Naja. Naja, wirklich ganz, ganz einfach. Ich fand's mega cool. Und ihr müsst nicht immer an das glauben, was die anderen sagen. Weil der Jelly-Mann ist kein böser Typ, sondern ein lieber Typ. Deswegen gibt er euch auch das Auto. Also, das war's jetzt mit diesem Video. Tschüss! 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 Tschüss!